Die Firma Rika Kompressoren GmbH in Haag ist ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die Planung, Montage und Instandhaltung von Druckluftanlagen geht. Erfahrung, Know-how und Flexibilität haben das Unternehmen zu einem der führenden Fachbetriebe im Bereich der Drucklufttechnik werden lassen. Die Produktpalette reicht von Schrauben über Kolbenkompressoren, Hochdruckkompressoren, Prozessgasverdichtung und Stickstoffaufbereitung bis hin zu Kältetrocknern und Baukompressoren. Bei der Reparatur und dem Service aller gängigen Marken werden Original- und Ersatzteile in Erstausrüsterqualität verwendet. Vertrauen Sie auf das professionelle Team von Rika, damit Sie genügend Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge haben. Rika Kompressoren